Und eine Plattform kommt aus dem Boden, natürlich! Äh, so. Okay. Öh, sonst noch irgendwas? Ne. Gut, gehen wir mal weiter. Na toll. Okay. Die Klonkrieger sollte man nicht unterschätzen, die sind ja nicht gerade schlecht ausgebildet. Im Gegenteil, die sind ja ziemlich gut ausgebildet. Wer sich erinnert. Okay. Einmal hier. Einmal hier. So. Da brauchen wir wieder die dunkle Seite. Also an diesem rot leuchtenden. Ja. Okay. Sehr gut, sehr gut. Äh, ja. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Oh, Powerstein. Äh, schnell, muss irgendwas machen. Power! Äh. What the fuck kann ich... Hm. Ich dachte eben, ich kann noch höher springen. Das wär's ja. Ich benutze das gerade mal, dass ich hier alle Münzen einsammle. Okay. Ach du Scheiße. Haa. Aua. Ja genau, der... Oh Mann. Ah. Das hätten wir schon erledigt. Oh Gott. Da müssen wir aufpassen. Okay. Der kommt da aber nicht runter. Moment, ich packe den mal kurz um. Dude, dude. So. Und dann einmal hier und einmal hier. Meine Stimme bringt mich gerade dezent um, aber... Das ist ja nicht so schlimm. Okay. Na ja, ich nehm jetzt schon wieder über eine Stunde auf, ne? In dem Sinne. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Okay. Ich geh mal hier lang. Nein. Ach, da kann ich die Macht benutzen. Erstmal ein Chewbacca abprallen. Nein. Oh Gott. Ich werd das mal mit der Macht aufhalten. Ah. Okay. Äh. Das ging nicht so gut. Kann ich jetzt mal... So, Chewbacca. Schnell. So. Aha. Ach ja. So. Na, jetzt. Okay. Dann geh ich hier drauf. Und schon können wir durch. So. Und musste nicht mal einen neuen Abschnitt laden. Ist echt ganz cool. Nein, nein, nein. Ah, das war's. Jetzt bin ich gleich... Ah, ich lebe sogar noch. Nice. Ich liebe. Und so. Okay. Okay. Ja, so. Ach, ich seh hier nichts. So. Okay. Hier hab ich jetzt auch nichts mehr. Ein paar Münzen noch. Okay. Gut. Gehen wir weiter. Äh. Okay. 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 Das war jetzt nicht so gut. Ist der Sternenhimmel nicht schön. Oh Gott. Ja, ihr mich auch. So. Das noch ein bisschen was. Okay. Einmal hier. Einmal hier. So. Okay. Dann mach ich die jetzt auch mal kaputt. Nein. Hier ist das Level zu Ende. Leute. Mir fehlt noch so ein Winzel. Ein bisschen Geld. Wirklich. Ich baue nur noch ein bisschen. Also wirklich noch ziemlich wenig. Das muss ich doch jetzt noch irgendwie hinkriegen. Das kannst du mir ja nicht erzählen. Ich geh nochmal kurz zurück. Ich will nämlich jetzt echt noch das Geld zusammen kriegen. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal ein bisschen Geld. Ich weiß es nicht. Weil da ist nämlich das Level zu Ende. Von dem her. Ich wohne. Ich springe hier nochmal runter. Weil ich nochmal gucken will. Ob ich hier irgendwo Geld kriege. Ja. Hier ist noch was. Ja. Ja. Ein bisschen was brauche ich noch. Das gibt es doch jetzt nicht. Also. Das fitzliche Geld werde ich ja wohl noch zusammen kriegen. Da ist ein Minikit. Ist da irgendwo Geld. 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 Geld regiert die Welt. Hab ich irgendwo was übersehen? Ja. Hier habe ich was übersehen. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. So. Jetzt fehlt uns nur noch 1000. Genau 1000 fehlt uns. Mann. Der hätte wenigstens ein Herz droppen können. Da hast du noch welche. Na. Einmal hier. Nein. Geld. Geld. So. Alter Schwede. Leute ey. Wirklich. Mir fehlt noch so ein Winzel bisschen. 150. 150. 150. Was weiß ich. Gehe jetzt nochmal zurück. 110 fehlt mir noch. 110 Leute. Das Minikit. Das holen wir irgendwann mal später. Da oben ist. Ist da oben. Das ist nix. Mhm. Okay. Also irgendwo habe ich. Ja. 10 Stück bauen wir nur noch. Winzel bisschen. Geld habe ich irgendwo garantiert. Da. Da. Genau. Jetzt haben wir es. Jawohl. Haha. Genau. 65.000. Kann man gut abschätzen mit der Zeit. Wie viel man da pro Level braucht. Gut Leute. Wir gehen jetzt weiter. Tut mir echt leid. Aber das wäre jetzt echt. Also. Wegen dem bisschen. Wenn ich jetzt wegen dem bisschen. Nicht den wahren Jedi gekriegt hätte. Das wäre echt ein bisschen zu arg gewesen. Da bin ich jetzt lieber nochmal das Level. Oh. Jetzt können wir auch sterben. Jetzt haben wir den wahren Jedi. Jetzt ist es egal. Genau. Erstmal. Okay. Und wir gehen jetzt wieder zum Ende des Levels. Wie gesagt. Wie gesagt. Es tut mir wirklich leid. Aber hier wäre auch noch ein bisschen was gewesen. Na gut. Trotzdem. Trotzdem relativ knapp. Kaum zu glauben. Aber war. Die respawnen wieder. Komisch. So. Okay. Das können wir auch eigentlich mal das Level abschließen. Na super. Und darum ist es auch ein Indikid. Kann ich da zufälligerweise meine Skills machen. Wird bestimmt irgendwie gehen. Egal. Wie viel fehlen uns noch? Sieben Stück. Okay. So. Dann nehmen wir Abschied. Level abgeschlossen. Freies Spiel. Freigeschaltet. Chewbacca. Jawohl. Den wahren Jedi haben wir zum Glück geschafft. Boah. Na Gott sei Dank. Und da wären wir wieder bei über 400.000. Sehr schön. Sehr schön. Da freue ich mich. Minikids haben wir drei Stück immerhin. Level abgeschlossen. Und Varii Jedi. Das ist echt nicht schlecht. Ich würde sagen wir setzen die Story fort. Episode 3. Die Rache der Sith. Kapitel 5. Das Ende der Jedi. Oha. Das klingt ja nicht gut. Mit dem Befehl 66. Ich sag ja Order 66. Hetzte Palpatine die Klonkrieger auf die Jedi. In allen Teilen der Galaxis ermorden die Klone daraufhin ihre Jedi Generäle. Yoda und Obi-Wan Kenobi haben überlebt und eilen zum Jedi Tempel auf Coruscant. Sie hoffen in den Archiven der Jedi Antworten auf diese schreckliche Wendung der Geschehnisse zu finden. Das ist ein kleiner Ruckler. So. Das sind doch verkleidete Klone oder? Natürlich. Also so leicht lasse ich mich auch nicht verarschen. Das ist doch Mobbing. So das ist ja schon Minikit und wir sind jetzt hier mit Obi-Wan und Meister Yoda unterwegs. Na super. Ich sag doch das sind verkleidete Klone. Wow. Hat voll gut funktioniert von denen. Ich bin schwer beeindruckt. So wie viel Kohle brauchen wir hier? Hier brauchen wir auch wieder ein bisschen. Ich glaub das Level geht auch wieder ein bisschen länger. Also wie das letzte Level. Die haben ja immer unterschiedliche Längen. Okay. Das Minikit schnappen wir uns natürlich. Vielleicht kriegen wir hier mal wieder den Powerstein. Wäre nicht schlecht. So. Ach du Heilige. Jetzt bin ich aber auch schon wieder eineinhalb Stunden am Aufnehmen. Das können wir mal zersäbeln. Okay. Wie die da alle verkleidet stehen. Boah mein Hals ey. Das gibt's ja gar nicht. Äh. Hier hinten noch vielleicht irgendwas. Oh Gott. Das machen wir nochmal schnell. Genau Münzen fliegt noch weiter. Dass ich euch gar nicht mal einsammeln kann. Okay. So. Das läuft doch bisher ganz gut. Einmal hier. Dann gehen wir mal in den Tempel rein. Oder was auch immer wir machen wollen. Ich hab keine Ahnung. Da sind sie. Oh Gott. Das war's mit denen hier. Okay. Und da können wir weiter. So. Einmal hier. Einmal dort. Die Teile hier drüben. Die können wir glaube ich nur mit Detonationsbomben zerstören. Ja. Genau. Diese silberglänzenden Teile können wir immer nur mit Bomben zerstören. Oder halt Kopfkirchenjägern. Gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten. So. Da kommen wir nicht hoch. Ein Herzchen für uns. Okay. So. Entschuldigung. Ich hab mal kurz gehustet. Ich hatte einfach nur Schleim im Hals. Das geht echt gar nicht mehr. Sollte ich wenigstens wieder ein bisschen reden können. Meine Güte. Mann. Mit diesem bisschen Geld kann ich jetzt aber auch nicht viel anfangen. Also Goldmünzen gehen ja noch. Aber mit den Silbermünzen ist das echt ein bisschen sehr wenig. Aber noch gut das jetzt zu machen. Irgendwie müssen wir ja die Kohle zusammen kriegen. Ne. Wir als Jedis. Wir verdienen ja kein Geld. Ist ja so wie Mönche. Ist echt super. Da können wir jetzt auch nicht hin. Dann würde ich sagen. Gehen wir mal weiter. So. Okay. Äh. 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 Ja. Ach du Scheiße ey. Gut. Weiter geht der Spaß.